Ein fröhliches Skyhine meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem Infovideo von mir. Und ja, es gibt Neuigkeiten und zuallererst, vergesst einfach mal, was ich im letzten Video erwähnt habe, hier von wegen aufhören, weil ich habe gemerkt, ich kann einfach nicht aufhören mit Let's Play, weil mir macht es einfach zu viel Spaß, die Sachen aufzunehmen, hochzuladen und mir selber dann auch nochmal anzugucken. Und deswegen, vergesst einfach, was das letzte Video war, also das letzte Infovideo, wo ich gesagt habe, dass ich aufhören werde und jetzt da nichts mehr für so viel machen werde mit YouTube und sowas. Das könnt ihr ganz vergessen. Und ja, was ich mir halt fürs weitere YouTube-Gedöns wünschen würde, wäre, dass ihr mir einfach mal mehr Kommentare schreibt und mehr Bewertungen abgebt, wie ihr die Videos findet, damit ich auch weiß, was ich eventuell noch besser machen kann, was gut ist, wie es ist. Und ja, dann habe ich noch einen weiteren Punkt auf meiner Liste und zwar Battlefield Hardline wird auf jeden Fall weitergemacht. Da könnt ihr euch drauf einstellen, dass da die nächsten Videos kommen. Und ja, dann ist halt die Frage, was ich danach an Projekten starten werde. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig drüber. Weil, ja, ich finde viele Spiele cool, aber ich habe dann das Gefühl, mir macht es dann einfach nach ein paar Stunden Spielen kein Spaß mehr. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich erstmal jetzt so Test-Let's-Plays, nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich einfach erstmal die Spiele, keine Ahnung, zwei Folgen lang spiele oder so. Und wenn es mir dann noch Spaß macht, werde ich das Projekt weitermachen. Und wenn nicht, dann, ja, kommt es halt in die Angespielte-Kiste, sage ich mal rein. Und ja, dann, was ich noch habe, wenn ihr Vorschläge habt, was ich denn mal let's playen sollte, was ein cooles Spiel ist, was euch vielleicht gefallen würde und so weiter und so fort, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und ja, was habe ich sonst noch? Ich glaube, das war es eigentlich schon wieder fast. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Videos freuen. Ich werde mir jetzt nochmal ein paar Gedanken zu machen, wie das weiter abläuft. Das heißt, diese Woche wird wahrscheinlich erstmal kein Video kommen. obwohl doch, weil, ja, das Video wird ja heute am 25.05. aufgenommen und ich hoffe, ich kann das auch noch dann hochladen. Und ja, denn am morgigen Tage kommt das Battlefield 4 Spring Update raus. Das heißt, morgen gibt es in Battlefield 4 neue Waffen. Das heißt, da werde ich natürlich auch mal wieder reinschauen, ein bisschen Battlefield 4 spielen. und ja, mir mal die neuen Waffen angucken. Die neue, ich glaube, es soll nur eine Map rauskommen. Die werde ich mir natürlich angucken. Und ja, da werde ich euch dann weiteres berichten in dem, ja, Let's Play zu dem Spring Update. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich habe schon ein paar Projekte, sage ich mal, in Planung. Also, ich habe mir schon ein paar Sachen rausgesucht, was ich demnächst mal machen könnte und so weiter und so fort. Ich habe da auch ein paar Core-Projekte, die ich dann, ja, wenn die Core-Projekte gestartet werden, wahrscheinlich wieder mit dem Wertenherr Neibel starten werde. Und ja, das war's, glaube ich, soweit jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, restlichen Abend, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten, ja, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns, hoffentlich, beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, Leute, und macht's gut!